Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kena Brides of the Spirits. Wir sind hier gerade in diesen gruseligen Höhlen hier hinten und ich dachte mir, wir hauen uns noch mal kurz ein Upgrade rein. Wir haben zwar nicht so viele Punkte, aber wir geben sie natürlich aus. Bombenschaden wird erhöht. Sehr nice. Und dann stützen wir uns dort runter, obwohl ich ein bisschen Angst habe, was da kommen wird. Aber let's go! Okay, derweil noch nichts. Hallo? Oh Gott, was passiert hier? Hä? Gruselig? Okay, ich bin confused. Over 9000. Ja, das ist schon mal nice. Aber irgendwas ist sicher hinter uns passiert. I swear. Okay, nichts ist passiert, geil. Oh Gott, ich hatte schon Panik. Geil, du. What? What? Aua. What the heck? Was ist los mit diesem Vieh? Wir haben gerade Boss und ich habe es gar nicht gecheckt. I don't know what. Aua. Okay, er hat gerade gar keinen Bock auf uns anscheinend. Nein, ich bin auch echt. Also Aim minus 10. Bam. Okay, wir haben ihm echt Schaden gemacht. Geil. Okay, irgendwie strange was hier gerade passiert ist. Ich bin sehr confused. What happened, Alter? Ah ja, dort hinten können wir noch ein Dings freimachen. Ja, nice. Dann machen wir das doch auch gleich. Alter Schwede. Ging so ein Riesenvieh. So, was geht hier noch so ab? Gönnen wir uns den Loot? Okay, hier kann man nur rumlaufen. Sonst, glaube ich, brauchen wir den Dragon eh nicht. Holy moly. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ähm. Okay, irgendwas haben wir noch nicht. Ah, wir müssen das wieder machen bestimmt, oder? Nee, hä? Müssen wir den da oben anschießen? Hm, irgendwas passt nicht. Bin verwirrt. What have we to do? Hier ist ein Speicherpunkt. Okay, auch nice. Äh, haben wir was vergessen? Bauen wir unseren Rottkumpel. Und geht hier irgendwas ab? Sieht auch sehr verdächtig aus, wenn wir ehrlich sind. Hm. Was könnten wir hier tun? Hier sind wir hergekommen, oder? Wahrscheinlich. Nee. Aber hier ist auch nix. Ja, ich finde das sehr verwirrend. That's strange. Dann nehmen wir mal den Drachen mit. Ich weiß zwar nicht wieso, aber... Was Besseres fällt mir grad nicht ein. Äh, und jetzt? Kann der Drache denn da hin? Nee, das kann er auch nicht. Das wär so klar, hä? Okay. Okay, ich bin grad lost. Okay, gut. Wie lösen wir unser Problem? Ja, sehr nice. Okay. Was haben wir hier? Das sieht sehr geil aus. Das sieht gut aus. Sehr nice. Dann machen wir gleich damit weiter. Oh. So. Okay. Was ist das? Ein Hirsch? Okay. Was haben wir hier links? Nee, links ist ein Hirsch. Uh, Plattform. Und rechts? Ich weiß es nicht. Das sieht gut aus. Oha. Okay, wir bewegen uns. Wir fahren. Oha, was bist du? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott. Gott, Alter, so viele Gegner. Gott, Alter. Okay. Okay. Hä? Irgendwas ist falsch. Ah, wir haben uns befreien müssen. Okay. 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 Nice. War's das? Gott, Alter. So, einsammeln. Gott, war ja fast nicht stressig, ey. Oh Gott, da kommt noch mehr. Na moin. Oh, nice. Geil. Hallo? Alter, ist das dein Ernst? Durch diese Vibrationsattacke, die wir gerade dem Controller angetan haben, ist er ausgegangen. Ja, safe. Eh klar. Wuppala. 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 Jawohl. Also Header zählen schon mehr. Meine Freunde der Sonne. Gott, Alter. Das geht weiter einfach. Bam, Alter, what? Aber, das war nicht so nett. Hä? Ich muss ein bisschen hinter ihn kommen. Äh, what? Okay. Das war auf jeden Fall beabsichtigt und so geplant, natürlich. Wo sind wir? Gott. Also diese Mucke finde ich nicht gut. Okay. Okay. Huiuiuiui. Hier geht ja schon wieder einiges ab, tief im Berg. Ah ja, hier müssen wir sicher was freisprengen. Hier sollten wir wahrscheinlich nicht runterfallen. Fallen wir da runter? Warte, wir stellen uns lieber hier hin, oder? Dann ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit, dass wir runterfallen, ein bisschen geringer. Okay. Da hätte die Explosion... Ach du Scheiße. Ich will nicht. Ich will nicht. Egal was. Ich will es nicht. Heiliger Beinbaum. Okay, jetzt kommt sicher ein Fight. Angst. Gut. Was geht hier ab, Leute? Weil da drüben... Das sieht auch sehr verdächtig aus. Sollen wir das anschießen, meint er? Ah ja. Uh. Okay. That looks good. Okay. 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 And now. Ähm. Finde ich nicht so gut. Ehrlich gesagt. Okay. Ah ja, da drüben geht es weiter. Okay. So. Boah. Sehr nice. Okay, wir haben wieder Wasser freigelegt. Irgendwie das mit dem Wasser. Daugt mir nicht so. So. Was geht jetzt ab? Ähm. Oh, das Wasser ist weg. Ich will aber nicht da runter gehen. Ehrlich gesagt. Können wir das nochmal anschießen? Passiert dann was? Ah ja, da unten gibt es Leben. Hä? Können wir die Blume? Ne, die Blume können wir nichts tun. Ich glaube, wir müssen da runter. Ja. Klar müssen wir da runter. Was? Oh Gott, waren wir kacke. Okay. Gut. So, was geht hier ab? Aber ich wollte gerade Rotz verpassen. Was passiert, wenn du Rotz kriegst? Dann musst du die Klappe halten. Und der da drüben auf jeden Fall auch. Bast. Den haben wir hier. Okay. Wir ballern in ein paar verzauberte Pfeile hinein. So, sehr schön. Geil. Aua, das war dumm. Ach, komm. Mal kämpfen, so machen wir wesentlich mehr Schaden an ihm. Bobbela. Wow, Alter. Okay, und down. Komm, noch mehr? Ne. Sehr nice. Sorry. Sehr nice. Geht okay. Was geht jetzt ab? Ah ja. Müssen wir so machen? Ja. Puh. Okay. Und es speichert. Ich hasse automatische Speichern. Oh, es geht da hinten ab. That looks not that good, I guess. Hey, wie kommen wir da hin? Ähm. Okay. Irgendwas da hinten geht ganz schön ab. Ich würde mal sagen, wir müssen wahrscheinlich hier lang. Was geht hier ab? Interagieren. Okay. Ja. Ja. Wir sind schon am Stößel, aber was machen wir hier? Oh. What? Okay, wenn es die Suppe berührt, explodiert es einfach instant. Oh, wir müssen da hoch unbedingt. Wie kommen wir da hoch? Ich würde gerne hier hoch. Hätten wir das nicht durch das schaffen können? Warte mal. Ah, das war failed. Nee, das ist nicht hoch genug. Ah, hier. Fuck, wie kommen wir da hin? Wartet mal. Ich möchte unbedingt diese Erinnerungen aussammeln. Ich finde die sehr, sehr schön. Ähm, so. Wollen wir das nochmal? Wahrscheinlich, wenn wir da oben stehen, haben wir die Möglichkeit, die Blume auszuwählen. Ja, natürlich. Sehr nice. Und da sind wir schon oben. Oh, da ist noch ziemlich viel Glibber. Aber wir müssen eh hier entlang. So. Es gibt wahrscheinlich zwei Wege, wie man da rüberkommt. Maske verwenden. Oh, okay. Ah. Haben wir schon eine Bombe im Tür? Aha. Da musste ich an die andere Bombentür denken, die wir übersehen haben. Also die wir halt noch nicht benutzt haben. Gut. Hier war sonst nix, ne. Hm. Oh, sorry. So. Der Loot ist stark in mir. Hehe. Gut, die Frage ist jetzt nur, wie kommen wir hier runter? Ich glaube, wir müssen doch wieder hier runter. Ganz normal. So. Oh, macht kaum. Okay. Ich glaube, das tut uns weh. Okay. Sieht schmerzhaft aus. Also gehen wir einfach mal weiter. Aha. Wir versuchen, was nicht zu berühren. Mal gucken. Okay, ich habe ein bisschen Angst. Okay, das hat uns jetzt noch nicht weiter geholfen. Hey, wie kommen wir hier weg? Ich weiß noch nicht, wie wir hier wegkommen sollen. Wir sind gerade an einer sehr schlechten Position, muss ich sagen. Hä? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir sind Fanschleute in der Sonne. Wartet mal. So. Versuchen wir es nochmal. Mal Kipsel-Kapsel. Ach so. Ich habe es gerade gecheckt. Ach, ach. Ja, gönn uns. Sind wir hier sicher? Nee. Oder doch. Vielleicht schon. Okay, gut. Wir sind hier. Hier ist auch nicht viel am Start. Aber hier kommen wir hier weiter nach vorne. Geil. So. Okay. Ist der wieder oben sicher? Ja. Okay. Ich nehme an, wir müssen dort rüber. So. So. Jetzt wird uns das Ding wieder erwischen, ne? Na, gucken wir mal. Okay, okay. Hier ist nichts. Wie geht's weiter? Sorry, ich muss mich ja kratzen. Ähm. So. Okay. Oh. Wo kommen wir denn hier hin? Oh. Ah ja. Okay, so. Okay. Und jetzt? Bitte, 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 bitte. Yes. Oh mein Gott. Habt ihr gehört? Der Sound hat's schon... Wow. Laut dem Sound ist der Block schon unter uns weg gewesen. Oh, Adria's Reue. Wir kriegen die Achievements. Interessant. Woане. Oh. Ah. Anna, hier. Entdecktes Relikt Dorfherz Oh, noch ein Rot haben wir bekommen Oh, noch mehrere Oh, super cute Gut, puh Hier ist echt alles zerstört Voll traurig Wartet mal Ne, hier sitzt nicht aus, als wäre hier irgendwas Aber wir müssen natürlich trotzdem uns ein bisschen umgucken Hier könnte überall Loot sein Wobei meistens nach einer Katze Das sieht aus wie eine Tür Aber es ist halt keine Tür Aber irgendwie Im ersten Moment hat es mich total an die Tür erinnert So Okay, ich glaube hier gibt es kein Loot Ne Riskieren wir es nicht Gehen wir einfach rauf Let's go Rotfreunde Hilf mir mal Und es ladet Okay, das war weird Was der Ladescreen I found the Relic But the Village Heart was gone It all makes sense now She must have moved mountains to transport the Village Heart Ja, nice Sehr, sehr, sehr nice Wo sind wir eigentlich? Ähm Gucken wir mal kurz auf die Map Aber wir sind eh hier, wo wir Okay Wo wir eigentlich vorhin auch waren Nur hier konnten wir Ja, wo wir Diese Truhe uns All unsere Energie geraubt hat Ich weiß nicht Wir können die wahrscheinlich jetzt auch noch nicht machen Weil wir einfach zu schwach sind Aber können wir mal gucken Haben wir schon wieder Punkte für Upgrades Ne, haben wir nicht Wow Okay, gut Ähm Wie sieht es eigentlich aus So Map-technisch Blumenschreine haben wir Meditationsplätze Verfluchte Truhen Ja, da stehen wir davor Geisterpost Ach ja Wir könnten ein paar Geisterpost-Dinge zurückbringen Hier haben wir einmal Geisterpost Haben wir nicht schon zwei? Ne Hier ist ja das Original-Dorf, ne Ist das das Dorf? Ne, wo ist das Dorf? Hier ist das Dorf Ah, hier haben wir zwei Geisterpost Dann müssen wir echt mal zurückkehren So Aber jetzt müssen wir in den Turm Wir können ja zumindest mal in die Richtung rushen Ich weiß nicht, wie viel da noch auf uns wartet Ähm Was ist los mit mir? Warte mal Na Ne Ich will eigentlich Manchmal ist es echt schwer So Loot für uns Warte, eigentlich hätten wir ja jetzt voll elegant dort runtersliden können, ne Können wir hier eigentlich bei den Steinen unendlich viel zu Kristalle sammeln? Genau, hier waren wir Ja, stimmt Ja, stimmt Ja Und hier können wir runtersliden Wow Richtig krass Ähm Na gut Wieder Richtung Turm Da begegnen wir sicher nochmal Rufus Ich habe immer noch ein bisschen Angst, dass Rufus böse wird Aber wir lieben ihn Trotzdem So Sind eh gleich da Hier wird wieder die riesige Party abgehen Gucken wir mal So Wo ist Rufus? Da ist er Hi Rufus Wir gehen jetzt zu deinem Herrchen Mal gucken, wie es hier so geht Wahrscheinlich nicht so gut Rufus Auf Wiedersehen Ah, ich kann nicht an ihm vorbei Er hat so eine große Hitbox Müssen wir denn jetzt eigentlich unten rein in den Turm oder oben? Sollten wir mal speichern vielleicht? Befreie Adria Ja, ich weiß noch nicht, ob ich das will Wir haben mal kurz gespeichert So Gucken wir, was passieren wird Ist schon wieder Ladescreen Ich weiß noch nicht, ob ich die Ladescreen Ich hab auch noch nicht 처음 gesehen! Wenn wir mal kurz gespeichernin Yeah. Das war's für heute. Okay, wir haben noch einen riesigen Berganstieg vor uns anscheinend, aber das gehen wir in der nächsten Folge an. Also bis dahin, ciao!